Willkommen zurück zu Shovel Knight und ich bin gespannt, ob jetzt alle wieder da sind. Und ja, es sind wieder alle da. Das ist ja ätzend. Und meine Tränke habe ich auch nicht. Das ist ja ätzend. Das ist ja ätzend. Die Bälle funktionieren super bei dem. Das ist gut zu wissen. Der war ja einfach diesmal einfacher als beim ersten Mal auch nur der Fliegende. Den hatte ich ja letztes Mal auch schon geschafft. So schwer ist er ja nicht. Nein, ich will mich doch gar nicht heilen. Ich war doch noch fast voll. Ah, komm hier. Ich habe fünf Bälle. Äh, weg damit. Jetzt habe ich die Heilung gebraucht. Ah, Boss Rush. Ich liebe es. Vor allem das Ärgerliche ist halt wirklich, ich habe halt meine Tränke jetzt schon verbraucht. Und ich kann jetzt halt auch nicht wieder zurück, um sie aufzufüllen. Das geht leider nicht. Oder kann ich hier angeln oder so? Was? Ernsthaft? Was? Was habe ich da gerade geangelt? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade geangelt habe. Ich weiß nur, ich hätte gerne volles Mana. Andererseits, ja, komm, 138 sind immer noch ein bisschen in Ordnung. Ah, dann probiere ich es halt nochmal. Diesmal, ach, der wieder. Der Spektranite. Ach, die Platte, ah, ist das eine Plattform? Warum ist hier plötzlich eine Plattform? Die war da vorher nicht bei den anderen. Oder waren die die ganze Zeit da? Plattformen, die beiden. Ja, ist mir nämlich nicht aufgefallen. Na. Nein! Ach, da, da war ja jetzt rechtes okay. Wir haben die Seiten getaucht. Das finde ich nicht so gut. Da komme ich ein bisschen durcheinander. Nee. So, weg mit dir. Du bist ja relativ einfach. Du bist ziemlich einfach. Ah, jetzt sind die Plattformen wieder weg. Ich sehe es, okay. So, bei dir helfen die beiden ziemlich gut. Die grünen Kugeln. Sehr gut sogar. So gut, dass ich gerne dauerhaft welche um mich herum haben möchte. Und da bist du auch schon tot. Nein, bist du nicht. Noch ein Treffer. Jetzt bist du tot. Kriege ich jetzt noch ein Essen? Nee, ich kriege jetzt kein Essen. Das ist ja gemein. Ich will mein Essen. Dein Essen. Ach, die Bomben. Ach, nö. Ich mag die Bomben nicht. Ach, ja. Mache ich den überhaupt Schaden mit den grünen Wellen? Das sieht nämlich nicht so aus. Wie kann ich den denn vernichten? Ich habe keine Ahnung, wie ich dem Schaden machen kann. Das ist diesmal zuerst dran. Ach, der Monite, den ich letztes Mal nicht geschafft habe. Vorletztes Mal genau zu sein. In der letzten Folge. Aber der ist, glaube ich, auch relativ anfällig für die grünen Welle. Naja. Wenn er sie nicht ablockt. So, wo bist du jetzt wieder? Links? Nein, natürlich nicht. Hui. Das war knapp. Ich hatte gerade noch einen halben Lebenspunkt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann gib mal her, das Zeug, ne? Du schnupperst mal meine grünen Welle, bitte. Und zwar so viel du kannst. Dann hätte ich gerne wieder Mana, Leute. Ah, wie mache ich den Schaden? Wie mache ich den Schaden? Wahrscheinlich mit den grünen Wellen, ja. Der gute alte Trick. Was? Die explodieren. Ach, ich war doch gerade da oben auf dir. Mit der Schaufel und so. Wie zum Henker soll ich dem denn ausweichen? Ich verstehe das nicht, wie das gehen soll. Ich bin überfordert. Ich bin so hoffnungslos überfordert. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als üben, üben, üben. Das Geld kann ich mir eigentlich auch sparen. Letzten Endes habe ich ja schon alles. Ich bin hier schon bei den Endbossen. So viel mehr wird es hier nicht mehr geben. Aber komm, was soll's. Ich nehme es wieder mit. Weil es geht. Junge, stell dich nicht so an. Komm. Geht doch. Ich lasse mir gerade mal 50 Mana. Komm, halbes Leben reicht noch, oder? Halbes Leben reicht. Diesmal werde ich auch darauf achten, dass ich vor Ende des Kampfes mein Essen esse. Damit ich hier nicht wieder... ...ein Essen weniger bekomme. Komm, du bist da gewesen, oder? Gibst du. Nein, bist du nicht. So, okay, ich esse es jetzt. Hintopft mit dir. Blöder Maulwurfsritter. Du bist sogar kein echter Ritter. Nein. Ach, bist du jetzt schon wieder. Dach, da bist du, oder? Ja, sehr gut. Ich habe ihn erkannt. Bis mal. So, jetzt nimmst du noch meinen grünen Ball. Und dann bist du auch schon erledigt. Ach, der schon wieder. Den mag ich nicht. Moment. Den kann ich mit den grünen Bällen nichts anhaben. Wie kann ich den treffen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Vielleicht mit Feuerball. Auch nicht. Vielleicht gar nicht mit euch hier. Ich probiere es mal mit dem Horn, auch wenn es ewig viel Mana kostet. Ja, das macht halt so wenig Schaden. So ist es eigentlich nicht wirklich. Dann bin ich mal für den einfach defensiv. Ja, so viel dazu. So viel zum Thema defensiv, ne? Aber er ist gleich tot. Das heißt, ich sollte mal so langsam ans Essen gehen. Bevor ich hier wieder ein Essen nicht bekomme, das mir zusteht. So. Bei dir. Bei dir brauche ich, glaube ich, gar kein Mana. Du bist so simpel. Ey. Gut, ich habe nicht gesagt, ich kriege deinen Schaden. Ich habe gesagt, ich brauche kein Mana. Okay. Ja, okay. Diese Bungen sind ein bisschen nervig. Wenn man das, wenn man drauf achtet, ja, okay. Geht es einigermaßen. Komm mal her. Na, komm her. Na, komm her. Einen Treffer noch. Sehr gut. Und jetzt der letzte Treffer. Und ich habe volle Gesundheit und ich habe noch ein Essen. Ah. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein, oder? Ich glaube, der war ganz einfach, oder? Der ist auf jeden Fall anfällig für meine grünen Wette. Sehr sogar. Oh, der ist extrem anfällig dafür. Guck mal, ich habe sogar noch volles Leben. Ah, aber kein Mana mehr. Ah. Da war ein Heifschweifers gerade. Dann muss es eben so gehen. Nein. Nein. Was? Warum genau bin ich da jetzt reingefallen? Ich habe auch gegen gehalten. Nimm das. So, noch ein Treffer. Nein. Nein. Ich will das essen. Nein. Ich wollte gerade essen. Kriege ich jetzt noch ein Essen? Oh. Glück gehabt, ey. So ein Schwein habe ich gerade gehabt. Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft. So, was nehme ich gegen den denn? Wenn ich fliegen kann, ich brauche gar nichts gegen den, oder? Ich muss doch einfach nur mein altes Muster hier abspielen. Das hat ja die letzten Male wunderbar funktioniert bei dem. Und hier ist halt ein bisschen gemein, dass er nicht wirklich durchzieht beim Fliegen. Obwohl das andeutet. Aber wenn man das einmal weiß, so wie ich jetzt, kann man da eigentlich relativ gut drauf eingehen. Auch das ist nicht wirklich eine Herausforderung. Damit habe ich eigentlich für die ganze Zeit gerechnet. Äh, allerdings will ich mir gerade das Mana holen. Das ist mir gerade wert. Hier ein bisschen den Kampf rauszuzögern. Weil ich glaube, dass ich nachher das Mana noch gebrauchen kann bei den anderen. Hm, was mache ich jetzt, wenn ich volle Gesundheit habe? Ich glaube, ich würde mir das essen trotzdem, einfach weil ich Mana eventuell kriegen könnte. Okay, so viel dazu. Ich habe gar keine volle Gesundheit. Okay, so nice. Yeah! Letzter Treffer, letzter Treffer. Sehr gut. So, noch zwei. Wer kommt zuerst? Der Kleine. Wie mache ich den Kleinen? Vielleicht damit? Hm, nein. Kann ich mich damit? Ja, okay. Das glaube ich auch nicht. Was? Das hat auf einen hier kaputt gemacht? Das ist ja lustig. Hahaha. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja cool. Gefällt mir. So, hier hätte ich gerne den da. Genau. Und dann das alte Muster. Eins und zwei. Und ey! Jetzt werde ich nicht dagegen. Das bringt doch nichts. Ich habe es echt geschafft, oben zu bleiben. Sehr cool. Moment. Ach, unten ist gar kein Essen mehr. Dann darfst du jetzt weg. Und dann hätte ich gerne Mana. Sehr schön. Mana ist gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich dich besiegen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich hätte gerne meine beiden Heiltränke jetzt. Jetzt und hier. Treffer? Versuche mal so ein bisschen auszuweichen. So viel dazu. Ja, ich habe auch keinen Mana mehr. Nein! Ja! Und ich habe den letzten Besicht mit einem Schaufelschlag sogar. Ein seltener Move für mich. Ein sehr seltener Move für mich. Jetzt habe ich sie rausgeschmissen. Hilf uns, Shovel Knight, du lässt uns doch nicht im Stich, oder? Naja, also dafür, dass ihr mir gerade so viel angetan habt. Kommt halt hoch. Helfe ich euch halt. Das war mein Ernst, du solltest zu uns stoßen. Meine Stellmotoren haben substanzielle Unzulänglichkeiten. Eine Überarbeitung ist angezeigt. Ah, wie erfrischend, wie erbaulich. Wenn alle deine Abenteuer so spaßig sind, sollte ich dich begleiten. Ich mag nicht so stark sein wie du, aber ich bin weitaus cleverer, also pass auf. Meine Niederlage spielt keine Rolle. Die Verzauberin ist von einem Sterblichen nicht zu stoppen. Mein Schloss, mein Luxus, mein Land, meine Kronleuchter. Zur Hölle mit dir, Shovel Knight. Eins muss ich dir lassen. Deine Schaufeltechnik ist besser. Wir sollten uns austauschen. Kein Reichtum ist den Herz schmerz wert, der dich erwartet. Viel Glück, du verdammter Held. Ja, ne? Liebe Freunde und Zuschauer. Mit Freunden meinte ich gerade die Ritter. Ich gehe mir nach rechts und dann bin ich gespannt, was passiert. Ah, die Verzauberin wartet von oben auf mich. Das Geld ist mir ehrlich gesagt herzlich egal. Dann komme ich nur wieder zurück. Ja, was soll's. Der Turm des Schicksals erwartet uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Jetzt habe ich aber erstmal genug von dem Spiel. Das heißt, in der nächsten Folge jetzt mit einer neuen Aufnahme weiter. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei und wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.